Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham City. So. Und wir folgen dieser Assassinen. Oh, und das ist überhaupt nicht gut. Okay, wo müssen wir hin? Ähm, wo müssen wir hin? Nach da. Irgendwie müssen wir hier hinkommen. Ach, ein Scherzgebiss. Und ich weiß wieder, wie der schnelle Batarang ging. Haha, geil, oder? Hui. So. Jetzt bin ich wieder mal in der Steuerung mal richtig drin. Keilerei auf dem Dach. Ach, Herausforderung freigeschalten. Tür öffnen. Hallo? Ah, okay. Hier werden wir hin müssen. Dann nehmen wir jetzt die Distanzstromladung. Und zack. Ähm, wie ging das? Ja, warte, 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 warte. Ach, scheiße, jetzt. Ach ja, jetzt. Ich hatte mal wieder ein Blackout. Gerade sagte ich, ich kenne mich mit der Steuerung aus. Aber... Gut. Das war leicht gelogen. Jetzt aber. So. Warte. Anlauf holen. Schupp. Ich finde den Move so cool. Stufenanstieg. Ähm. Was machen wir denn? Ich würde meine Batsweet immer noch verbessern. Die Kampfpanzerung. Die ist einfach super praktisch. Weil ich sterbe ja gerne und viel und bekomme sehr viel auf die Fresse. Und jetzt habe ich endlich den Kampfpanzer 4.0. Der wird auf jeden Fall helfen. Und ich habe schon mal gesehen, wir brauchen den Seilwerfer. Zack. Hui. Scherzgebiss. Ich höre dich. Scherzgebiss. Oh, verdammt. Falsche Taste. Ja. Das war's. Tür öffne dich. Tür schließe dich. Wo sind wir jetzt? Eingestürzte Straße. Oh nein. Scarecrow? Alles in Ordnung? Ist was passiert? Sämtliche Werte deines Anzugs waren im roten Bereich. Gib mir eine Sekunde. Ich werde es schon schaffen. Nein, wirst du nicht. Beeilung. Dir läuft die Zeit davon. Nein, das ist nicht Scarecrow. Das ist das Gift. Das uns Joker eingeflößt hat. Was ist in diesen Dingern? Waffen, Sprengstoff, Thermalsensoren. Was eine Armee so braucht. Um Pinguin fertig zu machen. Wie kommen wir an so ein Zeug? Ich dachte, das hier ist ein Gefängnis. Du stellst zu viele Fragen, Kleiner. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Was soll das heißen? Ich gehöre zu Joker, das weißt du. Bin seit Jahren bei ihm. Hör auf, Fragen zu stellen. Du weißt, dass Jay Fragen hast. Vorsicht, Batman ist hier. Zack. Ja, Kinderspiel. Will ich sehen, will ich sehen. Du wirst hier schnappen, Batman. Ich habe Kampfpanzer um 4.0. Also Leute, unterschätzt mich nicht. Was willst du jetzt tun, Batman? Oh Mann. Der hat tatsächlich... Ach du Scheiße. Dieser fette Clown, der so viel aushält, hat jetzt eine scheiß Wache. Lasst mich in Ruhe. Tschüss. Au. Alter, dieser Clown, der nervt mich. Ich mache erstmal die Kleinen fertig. Aber der Clown darf nicht an die Waffe kommen. Okay, jetzt hat er die Waffe verloren. Zack. Leg dich schlafen. Ruhe dich auch. Ich stecke fest. Hilfe. Jetzt bin ich wieder rausgekommen. Oh nein. Der Clown schon wieder hier. Okay. Verwirren. Okay. Na los, Clown. Zack. Du und ich. Alleine. Zack, 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 zack. Fuck. Haha. Oracle. Wie es aussieht, schickt der Joker seine Jungs hier runter, um Waffen von den Tigerwachen zu stehlen. Das ist schlecht. Diese Leute haben das Beste, was das Militär zu bieten hat. Wenn Joker das Zeug in die Finger kriegt, du weißt schon. Wird er nicht. Ich lasse es nicht zu. Ja. Das können wir gar nicht zulassen. So. Die Riddler-Trophäe habe ich gesehen. Okay. Dann geht es mal flott weiter. Boah. Das war aber wieder ein knapper Fight. Also, es ist nicht immer einfach. Ist was doch. Bitte, tu mir nicht weh. Oh, wir tun dir nicht weh, Schätz. Doch nicht einer Süßen wie dir. Bitte. Ich bin nur Assistenzärztin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann ich sie haben? Nein, du hattest schon die letzte. Schlapp dir den Rest der Waffen und stapel sie da drüben. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist das? Interferenz-Generatoren vom Milit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ihn verloren. Wir müssen ihn finden. Sofort. Gott verdammte Scheiße. Irgendjemand in diesem Raum benutzt ein Störgerät. Ich muss ihn ausschalten, damit ich den Raum nach weiteren Zielen absuchen kann. Äh, das war so blöd von mir mal wieder. Okay, der stirbt. Ferngesteuerter Batarang. Ich probiere jetzt einfach mal was. Da, 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 da. Äh? Ich bin sicher, dass es von da kam. Na, komm schon, oh. Störfreak. Wo zum Teufel bist du? Hier. Okay, jetzt reicht. Der Störsenderfreak ist weg. Ruhe bewahrt. Wir müssen uns zusammenreißen und ihn finden. Wenn wir ihn verlieren, sind wir tot. Kapiert? Ich hab... Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Falsch gedacht. Jetzt bekomme ich es langsam mit der Angst zu tun. Oder jetzt! Okay. Okay, 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 okay. Komm schon, irgendjemand muss ihn doch gesehen haben. Jetzt sind doch alle auf der unteren Ebene, außer unser guter Freund hier. Wo steckst du? Zack. Verstecken sie sich. Los. Diese Leute sind verrückt. Ja, sieht nicht gut aus für euch, Jungs. Tja, zwei weniger. Ist dir eigentlich klar, wie viel Geld ich in deren Ausbildung stecke? Okay, der gefällt mir nicht, der hat eine Art Brotflinte. Sind ja alle irgendwie bewaffnet. Warte mal. Das nennt man K.O. Schmetterangriff. Da lang! Ihr Stalang! Und zack. So befreit man sich wieder. Er hat Rauch benutzt, um abzuhauen. Der Bastard hat alles! Ja. Cool, oder? Okay, du musst als nächster dran glauben. So, das war wieder der K.O. Schmetterangriff. Wir müssen ihn finden. Sofort! Scheiße! Weg! Weg, weg! Ja, ich kann von überall her kommen. Mit wem redest du eigentlich? Du bist der Einzige hier. Stimmt, das ist doch so ein... ...komischer Juri, den wir verhören müssen. Er ist weg! Ich hab ihn verloren! Ja? Das ist aber schade. Tschüss! Ist dir eigentlich klar, wie viele Knochen ich dir noch brechen könnte? Oh Gott, bitte! Bitte, tu mir nicht weh! Ich sag dir alles, was ich weiß! Okay, dankeschön! Das war's für ihn. Hallo? Läuft er? Hört ihr mich? Wo sind meine Waffen? Gott sei Dank, du bist es. Ich brauche nicht recht rum damit. Wo? Bist du immer noch da unten? Bad. Schade. Hä. Die haben jetzt wirklich Rotflinten. Böse, böse. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Fiona Wilson. Gut festhalten. Wir retten sie mal. Haha. A la Batman. A la Batman. Ist es schlimm, darüber nicht traurig zu sein? Was jetzt? Sie müssen hierbleiben. Verstecken Sie sich, dann wird alles gut. Ich komme wieder. Ja. Meine Hübsche. Oracle, ich bin's. Joker stiehlt seine Waffen nicht von Strange, sondern er wird von ihm mit Waffen beliefert. Bist du sicher? Natürlich bist du das. Wieso sollte er das tun? Vielleicht versucht er denjenigen, der die Straßen kontrolliert, zu manipulieren. Ich finde es heraus. Okay, aber solltest du vorher nicht Rath suchen? Das mache ich jetzt. Keine Sorge, Barbara. Genau, das machen wir jetzt. Okay. Kommen wir hier hoch? Wir brauchen... Explosivgel eigentlich. Also, der Batarang bringt nichts. Explosivgel... Wir kommen da nicht hoch. Können wir die Tür vielleicht sprengen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja gut, das wäre zu einfach gewesen. Wo müssen wir jetzt hin? 200... Möchtest du wirklich, dass ich in einem Versteck sicher bin? Ich schätze, du weißt, wovon du redest. Stimmt's? Ja, natürlich. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich würde sagen, nach unten. Hier hin. Ab durch die Tür. Diese Welt ist verdammt. Stellte wie Gothen werden wachsen und der Hölle gleichen, die sich ihren Weg über die Bürgersteige nach oben bahnt. Gebäude werden wachsen, bis sie die Sonne verdecken und die Menschen werden am eigenen Schmutz zugrunde gehen. Eines Tages wird diese Welt sterben. Sie wird nach Luft bringen, während die Fehler der Menschen ihr Schicksal besiegeln. Aber das muss nicht deine Zukunft sein, Gothen. Oh Mann, wir rüsten schon Blut. Sie ist ein besseres Weg. Sie sind... Hinter der Maul liegt die Hoffnung auf ein überlebender Menschheit. Auf eine Zukunft, die eine erstaunliche Entdeckung ermöglicht. Eine Entdeckung, die es Gothen erlauben würde, sich wie Lazarus zu erheben und zum Sinnbild der Hoffnung zu werden. Neugierig geworden. Trittet näher. Sind die Zukunft von Gothen City. Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Klingenmädchen hier. Zack, 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 zack. Und zack. Und wenn wir... Tschüss. Zack, 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 zack. Bam. Oh Mann. Das war nichts, Leute. Meine Damen und Herren, wir präsentieren die Zukunft. Wanda City. Ah, hier können wir weiter. Ja, und jetzt sind wir also in Wanda City. Sehr interessant. Bei den Assassinen. Aber um unsere Gesundheit steht es wirklich überhaupt nicht gut. Okay, Distanzstromladung. Zack. Sesam öffne dich. Fundbüro erfolgt freigeschalten. Cool. Und jetzt? Hallo. Hm. Kommen wir hier durch? Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wanda City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Ja, das wäre doch praktisch. Na dann, ich hoffe, du lebst nicht mehr. Analysiere physische. Hab ich nicht mal gelesen. Naja, drück Pause, dann wisst ihr es besser. Moment, die Daten sind unvollständig. So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Ja, das wäre auf jeden Fall praktisch. Und da hab ich schon mal wieder einen Wächter gefunden. Ist hier irgendjemand von den Wächtern noch? Ja, wir sehen sie auf der Karte. Also so schwer sollte es nicht werden. Eigentlich. Oh, Assassinen! Ja, ha, 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 ha! Alter! Oh! Ich mag diesen Move von Batman. Den hier. Zack, 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 zack! Tschüss! Alter, die hat mich erschreckt. Aber sie ist leider, leider hier rausgeflogen. Hier unten müsste sie irgendwo noch liegen. Naja, wir haben aber einen Roboter. Und guck mal, der Roboter hat Gesellschaft. Sie sitzt hier so schön da. Teamlich sportlich, also die Haltung, die geht in die Beine mit der Zeit. Also mehr Oberschenkel. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Die sitzt da ganz lässig da. Ach, Quatsch, wir müssen gedrückt halten. So. Äh. Na gut, 52% sind besser als nichts. Ähm. Okay, Roboter. Irgendwo ein Roboter. War unter uns einer. Das ist doch einer, oder? Nein, das ist nur ein Riddler-Geheimnis. Und das sieht... Nicht mehr so toll aus. Ähm. Ähm. Ich mach mal heute ein bisschen länger, weil das gefällt mir gerade. Das können wir doch bestimmt zerstören. Mit dem Explosiv... Gel. Zack. Ach, nur ein Riddler-Geheimnis. Na gut. So. Hier gibt es noch ziemlich viele. Und trotzdem finde ich gerade aktuell keinen so richtig in meiner Nähe. Die erwarten wir gerade. Na gut. Hatten wir den schon? Ja, ich glaub schon, oder? Den hatten wir doch, oder? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Boah, der bringt viel Daten. 66% haben wir jetzt. Hm. Hier stehen noch zwei rum. Kann das sein? Hallo. Okay. 80%. Hallo. Huhu. Ja, cooler Move. Ich liebe es. Bam. Du willst auch noch? Bam. Boah, Kopfnuss. Aua. Hoho. Ich liebe diese Moves. Die sind richtig geil. Okay, verbinde. Jetzt müssten wir schon fast alle Roboter abgehakt haben. Ach, 90%. Voll, die 10%, die hätten sie uns ja noch gönnen können. Okay, schauen wir mal. Ach, hier, das ist die Assassinen. Ich laufe jetzt einfach mal im Detektiv-Modus rum. Bitte nicht beschweren. Aber ich glaube, sonst finde ich die Roboter nicht. Ähm. Ähm. Okay. Hm. Irgendeiner versteckt sich hier noch. Hallo, Roboter. Da oben. Oder? Ist das noch einer? Das könnte doch sein, oder? Ach, schade. Zack. Okay, mal schauen. Na? Ach, hier. Du bist der Letzte? Na komm, 100% schaffen wir. Yeah. 100%. Okay. Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheingang passiert haben. Ich muss ihn finden. Und den werden wir finden. Hier müsste der Geheingang irgendwo sein. Okay. Und wo der Geheingang ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.